Hi Leute, voll cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Lego Marvel Super Heroes Set für euch. Und zwar das Set mit der Nummer 76031, die Hulkbuster Rettungsmission. Die Altersempfehlung von Lego ist 7 bis 14 Jahre und für 34,99 bekommt man genau 248 Teile. Wunderschöne Grüße gehen heute an Jeremy Knight, an Combo Zebby, an Toby Time, an Petra Oil und an Nino Oil. Also an euch 5 ganz ganz liebe Grüße von mir. 4 Figuren sind dann in dem Set enthalten. Da hätten wir einmal Ultron Prime, Scarlet Witch, ein Iron Man mit seinem Superjumper und als Großfigur hätten wir den unglaublichen Hulk. Und hier auf der Rückseite, das kennt man ja schon, da sind wieder die ganzen Funktionen abgebildet, was es nachher alles zu erleben und zu entdecken gibt. Aber das testen wir nachher natürlich selber am aufgebauten Modell. Okay, dann lasst uns mal zusammen einen Blick in die Verpackung werfen, was uns alles erwartet. Okay, doch jede Menge. Da hätten wir einmal 3 Tüten drin, nummeriert 1 bis 3. Dann hätten wir hier noch eine 4. Tüte, da ist schon mal der Hulk drin. Dann hätten wir nur 2 Aufkleber, das ist ziemlich cool. Das ist perfekt. Und dann war noch dieses Comic hier mit drin. Kann ich mal kurz durchblattern, ist nicht besonders dick. Hat auch, ja, eigentlich keine Texte, nur so ein paar Zack und Zeb und so. Und Arrrr. Und Boom. Aber eigentlich ganz cool. Gar nicht so schlecht. Und hier hinten sind dann noch andere Sammelfiguren drauf. Okay, und dann hätten wir noch die Anleitung. Die ist auch recht kompakt, sind ja nicht allzu viele Teile drin. Und die hat exakt 79 Seiten. Und dann sieht es nachher zusammengebaut so aus. Okay, und ich würde sagen, ich baue das jetzt mal kurz auf. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, okay, fertig. Also, nach ca. 15 bis 20 Minuten ist dann alles zusammengesteckt. Und aufgebaut sieht es dann alles so aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gemeinsam mal die ganzen Details und Funktionen an. Dann schauen wir uns als erstes Mal hier den Hypebuster-Kampfanzug an. Der ist in Rot und Gold gehalten. Also, so wie Iron Man eben auch seine Hauptfarben hat. Von hier hinten sieht man viel schwarz. Hier sieht man schon die Gelenke. Okay, also die Figur ist nachher komplett beweglich. Das zeige ich euch gleich noch. Hier hinten sind noch ein paar Düsen. Die lassen sich auch verstellen. Und der Iron Man kann da drin natürlich auch Platz nehmen. Und zwar lässt sich dann das Cockpit komplett öffnen. Hier oben, diese Kapsel, das ist ein bedrucktes Teil mit dem Gesicht drauf. Die klappt man dann mal nach oben. Und da sieht man dann schon Iron Mans Kopf. Dann kann man den kompletten Brustpanzer hier noch runterklappen. Und da ist dann Iron Man komplett. Diese Teile hier, die, ja, das sind wohl so Schulterpanzerungen oder so. Die lassen sich dann auch noch ein bisschen bewegen. Und gerade wenn man es halt dann zumacht, dass es dann komplett hier schließt. Und einfach nur gut aussieht. Dann sieht man auch, der Kampfanzug hat natürlich riesige Arme und mächtige Pranken. Und wie gesagt, die Arme, die lassen sich dann auch komplett bewegen. Also man kann den hinstellen, wie man gerade möchte. Und hier erkennt man dann auch solche Kugelgelenke, wie man es schon bei den Buildable Figures kennt. Und auf der anderen Seite hat er hier noch zwei Geschosse. Und das kennt ihr ja, wie man die abfeuert. Also einfach hier auf den Hebel drücken. Und dann fliegen die los. Hier sieht man dann eine von seinen mächtigen Pranken. Gerade noch zu einer Faust geballt. Aber die Finger lassen sich alle einzeln öffnen. Dann sieht es so aus. Und da ist sogar Platz für eine Minifigur. Also zum Beispiel für den Ultron Prime. Und so sieht es dann aus, wenn Ultron Prime in den Pranken gefangen ist. Das Set heißt ja Hike Buster Rettungsmission. Und heute retten wir unseren Hike. Weil der wurde ganz hinterlistig von Scarlet Witch in die Falle gelockt. Und in dieses Gefängnis gesperrt. Und wenn er da versucht alleine rauszukommen. Dann kriegt er erstmal einen starken Stromschlag. Also alleine kommt er da leider nicht raus. Und deswegen muss unser Hike Buster kommen. Hier sieht man mal das Gefängnis ein bisschen näher. Und da sieht man auch die zwei Aufkleber. Die einzigsten zwei, die im Set drin waren. Und die wurden hier angeklebt. Diese Teile lassen sich dann auch nach unten klappen. Also quasi wenn Hike dann befreit ist. Gehen die runter. Und dann kann er abhauen und ist wieder frei. Und bei den Teilen, was ich ziemlich cool finde. Das kleine Detail. Das wurde hergestellt von Stark Industries. Also ein cooles kleines Detail, wie ich finde. Also dann schauen wir mal, ob wir den Hike befreien können. Der Iron Man hat sich ja schon durchgekämpft. Und hat schon den Ultron Prime ausgeschaltet. Jetzt hat er sich seinen Superjumper angeschnallt. Der sieht so aus. Und jetzt mal schauen, ob wir die Scarlet Witch ausschalten können. Mal schauen. Gut zielen. Und jawoll. Die ist nämlich hier an so einer durchsichtigen Stange befestigt. Und hier hinten ist so eine Kippfunktion. Und wenn man dann mit dem Iron Man dagegen jumpt, dann kippt die nach hinten. Und dann ist unser Hulk frei. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die Minifiguren an. Links haben wir den Ultron Prime. Der hat an den Füßen und an den Händen rote Düsen. Der Torso richtig aufwendig bedruckt. Das Gesicht schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. In der Mitte haben wir dann den Iron Man. Der hat natürlich auch Düsen an Füßen und Hände. Die sind in hellblau. Und die Scarlet Witch, die hat blaue Blitze. Wenn wir von hinten mal gucken, also richtig schöne Frisur. Die sieht richtig gut aus von der Scarlet Witch. Iron Man's Helm, den können wir uns auch gleich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und von hinten sind sie auch wunderbar bedruckt. Und so sehen die drei Minifiguren dann ohne ihre Helme bzw. ohne die Haare aus. Und ihr werdet gleich erkennen, alle drei Figuren haben hinten auf dem Kopf ebenfalls noch eine Bedruckung. Scarlet Witch hat hier das normale Gesicht. Iron Man hat ein grimmig dreinblickendes. Und Ultron Prime ist hinten auch noch bedruckt. Also richtig nice. Mir gefallen die Minifiguren. Und hier hätten wir dann nochmal den Helm von Iron Man. Der sieht richtig genial aus. Und der lässt sich vorne auch öffnen, also nach oben klappen. Und dann hätten wir hier noch unseren Hike. Wie ihr vielleicht im Unboxing schon gesehen habt, der Kopf, Torso und die Beine waren komplett ein Teil. Die lassen sich dann auch nicht bewegen, also die sind fest. Es wurden nur die Arme und die Hände herangesteckt. Und die Arme lassen sich dann auch nach oben und unten bewegen. Die sind nämlich durch so ein blaues Technikelement befestigt. Und die Hände lassen sich auch noch ein bisschen drehen. Und in den Händen ist dann noch Platz für eine Minifigur. Also da kann man dann hier so die Füße reinklemmen. Und dann hat er die kopfüber gepackt. Okay, das war also mal mein Video zu dem Lego Marvel Super Heroes Set. Mit der Nummer 76031. Die Hike Buster Rettungsmission. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn es nächstes Mal wieder einschaltet. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.